Ja liebe Freunde, wir zeigen mal kurz hier am Fahrzeug Warum wir das Ganze auch mal ausgelesen haben Ein bisschen Licht wäre nicht schlecht Es ist leider ein bisschen dunkel Dementsprechend kann man auch weniger sehen Der Schlüssel ist im Zündschloss gerade Der steckt, wir drehen den Und das Auto startet nicht Und manchmal startet das dann mit dem anderen Schlüssel Das heißt, wir haben es auch gerade in der Diagnose gesehen Es gibt hier einen Fehler in der EWS In der elektronischen Wegfahrtsperre Und jetzt stecken wir den mal wieder raus Dann wieder rein Also wieder rein Noch rausstecken, bringt etwas Der Anlasser dreht nicht Und dementsprechend startet das Auto nicht Jetzt nehmen wir mal einen anderen Schlüssel Testen das direkt mit dem anderen Schlüssel Stecken den Schlüssel rein Ich denke, jetzt klappt es Ja, jetzt klappt es Ja und wenn es mit dem Schlüssel klappt Dann klappt es mit dem anderen nicht So, heißt ganz klar Wir haben hier ein Problem mit der Wegfahrtsperre Was letzten Endes dazu führt Dass das Auto nicht anspringt Ja, der Kunde wollte eine unkomplizierte Lösung haben Und die werden wir Ihnen auch liefern Wir werden jetzt die Wegfahrtsperre Beziehungsweise morgen früh dann die Wegfahrtsperre deaktivieren Weil jetzt machen wir wirklich mal Feierabend Irgendwann fällt auch der Hammer Und ja, nachdem wir die Wegfahrtsperre deaktiviert haben Dann werden wir euch anschließend mal zeigen Wie der Wagen mit beiden Schlüsseln startet Und wir auch gar keine EWS mehr benötigen Und dementsprechend startet das Auto Ohne ein Wegfahrtsperrenmodul Einfach nur direkt vom Motorsteuergerät Die Freigabe zum Starten Und das ist das, was der Kunde will Ja, dann würde ich sagen In dem Sinne wünschen wir euch alles Gute Erst einmal bis morgen früh Und ja, schöne gute Nacht Ja, und herzlich willkommen heute von der Firma Rezek Wir haben ja gestern das Auto hier reinbekommen Das Auto lief ja nicht Beziehungsweise hatte sporadische Ausfälle Dass das Auto nicht anging Manchmal ging das Auto an Manchmal ging das Auto nicht an Wir haben es ja auch soweit schon ausgelesen gehabt Und es gab einen Fehlercode im Fehlerspeicher Dass die elektronische Wegfahrtsperre ein Problem gibt Das heißt, die EWS war als Fehler hinterlegt Im Motorsteuergerät Was letzten Endes dazu führte Dass der Wagen sporadisch mal anging Mit den einen Schlüssel ging es mal an Mit den anderen Schlüssel ging es nicht an Und ja, der BMW E46 hat das Motorsteuergerät MS43 Ist ein ziemlich komplettes Gerät zum Deaktivieren Nichtsdestotrotz hat das Ganze funktioniert Der Wagen läuft jetzt auch ohne EWS Das ist auch das Besondere an der ganzen Geschichte jetzt Dass wir den Wagen starten können Ohne dass dieser Wegfahrtsperre-Modul im Fahrzeug implementiert ist Diese EWS-Geschichte führt letzten Endes dazu Dass wir häufiger Probleme bei diesem Modell mit der Wegfahrtsperre bekommen Heißt letzten Endes, das Motorsteuergerät Was jetzt in diesem Wagen verbaut ist Kann man in jedem baugleichen Fahrzeug einbauen Und das Auto sollte dann dementsprechend auch starten Wir haben hier einmal den Schlüssel Und den anderen Schlüssel Wenn wir das Auto jetzt starten Früher ging es mit einem Schlüssel, mit den anderen nicht Wir starten das jetzt mal mit Schlüssel Nummer 1 Und auch ohne EWS Auto geht ohne Probleme an Dann nehmen wir mal den Schlüssel raus Und switchen einmal zu den Schlüssel um Stecken den Schlüssel einmal rein Und das Auto geht dementsprechend auch an Ja liebe Freunde Dadurch, dass ja die Wegfahrtsperre jetzt vom Motorsteuergerät deaktiviert ist Benötigen wir ja auch nicht mehr die Wegfahrtsperrenbox Die Wegfahrtsperrenbox nennt sich bei BMW EWS Elektronische Wegfahrtsperrenbox Das bedeutet, was können wir mit der Box machen Ganz einfach in die Tonne hauen Ja, liebe Freunde Liebe Kunden Wir wünschen euch in dem Sinne natürlich alles Gute Die Wegfahrtsperre ist deaktiviert Ich denke, der Kunde sollte jetzt zufrieden sein In dem Sinne wünschen wir euch alles Gute Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr uns abonnieren würdet Bei Fragen stehen wir euch immer gerne offen Unsere Telefonnummer ist oben links eingeblendet Was sollen wir noch sagen? Alles Gute und bis zum nächsten Video von der Firma Rezi Ciao